Tabletten Ich finde nicht, weil ich anfange uns an, eigentlich die Hütten mehr zu haben. Oder sehr wenig. Männer nicht. Männer nicht. Weil ich habe ja ein bisschen mehr spritzen. Nicht, was ich selber tun. Also immer der Fügel ist auf Tabletten und der war sehr, sehr gut eingestellt. So, grüß Gott die Herren. Servus. Für eine Frage. Können Sie vielleicht Wiener-Café? Ja. 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 Ich sehe es ja! Mein Mann auch. Nein, geht mir nicht. Nein, nein, nein. Mein Mann. Also wie ist es, mein Mann auf die Zehne geht? Also nicht? Also, er kann gut gehen, aber er sagt, er ist zu schwindeln, er kann gut gehen. Ja. Aber die Bewegung ist das, mein Mann da. Ja, das weiß ich ja. Das werden Sie ja auch sagen. Aber schlecht war für einen Mann nicht zur Diabetikverschule. Wir haben wahrscheinlich erst den Herbst. Rufen Sie an und auf die Ambulanz? Ja. Rufen Sie an und fragen Sie, ob Sie da dazustellen. Rufen Sie an und fragen Sie, ob Sie nicht sagen. Sie müssen Sie anbauen. Montag, Dienstag muss er wieder aufbauen. Und dann bleiben wir wieder verschwunden. Nein, da fragen Sie sich an der Schule. Da können Sie nicht. Nein, so nicht so gut. Nein, so nicht so gut. Nein, so nicht so gut. Der meine hat es selber gekocht. Der hat es selber gekocht. Nein, aber der hat gar nicht geistert dazu mal vor der Schule. Da hat es gar nicht geistert für das. Ja. Wollen wir auf den Sammel? Wollen wir auf den Sammel? Ja, okay. Einmal hin. Dann... Das wäre schön. Bei den Eiern, sonst, wo ist der Winter? Da stimmt das wieder gar nicht sonst, ne? Eier machen keine Eier. Das habe ich selber ausprobieren. Inzwischen machen Sie es eben. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Vielen Dank.